Ich heiße Iris Reistenbach-Bahm und bin Gemeindemitglied in Stockheim. Kirche ist für mich wichtig, persönlich und auch privat. Ich finde es wichtig in der heutigen Zeit, dass man sich engagiert. In Stockheim finde ich besonders, dass wir noch unsere Bildstöckchen haben und unsere Traditionen, wie zum Beispiel vor Leichnamstag mit den Blumenteppichen oder wie jetzt kurz vor Ostern das Abbeglöcklein singen, wo die Mädels morgens um vier durch die Straße laufen und den Mariengruß im Ort verbreiten. Unsere alte Kirche, würde ich sagen, ist eine Besonderheit in Stockheim, natürlich verbunden mit unserem Schloss Stocksberg, wo ja den katholischen Glauben nach Stockheim gebracht hat durch den deutschen Orden. Was mir persönlich ganz gut gefällt an unserer Kirche, ist unser Hochaltar mit den Klappflügeln, wo man zumachen kann. Unser großes Kreuz, finde ich, ist etwas ganz Besonderes. Unser Maria-Figur. Ich finde die Kirche allgemein eine sehr, sehr schöne Kirche, vielleicht auch aufgrund vom Alter, weil mir einfach alle Gebäude sehr gut gefallen. Zweite Bank vorne auf der Maria-Altar-Seite. Also wenn ich in die Kirche gehe, schaue, dass das ein besonderer oder mein Lieblingsplatz in der Kirche ist. Was mir sehr, sehr am Herzen liegt und was ich auch ein besonderer schöner Ort finde, ist hier die Maria-Grodde. Habe ich mal ein bisschen zur Lebensaufgabe gemacht und pflege den. Ich wünsche mir, dass es in 20 Jahren die Kirche noch gibt. Kein